Bald ist es wieder soweit. Gemeinsam ein Ziel vor Augen. Mit Ehrgeiz und Engagement zu Spitzenleistungen. Hochkarätige Experten als Redner und in der Jury. Gekürt als die Besten im Kampf um den Sieg des WTT Young Leader Award. Feiern mit heutigen und künftigen Führungskräften. Am 23. September 2014 in der Thunhalle St. Gallen.